Hi und herzlich willkommen, der von Wolf ist wieder hier und heute spielen wir zum zweiten Mal Agario. Also, ich mache schon nicht so Let's Plays und ihr müsst auch nicht erwarten, dass immer mehr solche Videos kommen. Also ich mache die nur aus Fun, wenn ich gerade Bock habe. Und ja, das erste Mal nehme ich jetzt mit dem Stammmikrofon auf. Und ja, also es gibt auch billige Stammmikrofone. Ich habe jetzt ein billiges, das ist auch wirklich gut. Also es bringt es nicht, das Rode NT-A1 zu kaufen für Anfänger, weil das genügt eigentlich auch. Ja, also einfach nicht dann in den Kommentar schreiben, kommen noch mehr Agario Videos. Machst du bitte Let's Plays von Agario, weil, wie schon gesagt, das mache ich nicht. Ich habe meine anderen Sachen zu machen, weil es kommt dann noch ein Pack Opening nachher von FIFA 16. Vielleicht sind gerade gute Packs da. Aber vielleicht möchte ich auch keins Mal schauen, wie gut die Packs gerade sind. Aber lassen wir uns mal überraschen, ist der Besten. Ja, also zuerst schließe ich Lego Hobbit ab mit den Videos. Und mit, was könnte ich da, ja, mit Star Wars Battlefront, mit den Missionen da. Und dann mache ich dann erst so neue Minecraft Videos, weil ich mache, das sind ja wie Projekte, kann man sagen. Part 1 und so. Also, und ja, Gronkh hat ja 1000 Minecraft Videos gemacht. Und ja. Jetzt der One One, den, also Wun Wun, den kennt man auch von YouTube. Aber ob es jetzt genau der ist, das weiß ich eben nicht. Aber Satan ist. Jetzt hat es der Bro schon gegessen. Gegessen. Ja. Also, jetzt rede ich eigentlich nicht mehr viel. Sondern, wir lassen ein bisschen Zockermusik laufen, weil das klingt dann auch noch gut. Und jetzt hören wir uns einfach, ähm, das an. Und ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, nein. Stimmt. Man kann keine Musik hören, aber egal. Ja. Auf zum Versuch Nummer 3. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht so schnell auf dem Experimental Surfer. Ja. Also, wenn ich jetzt dieses Mal noch sterbe, dann ist dann das Video auch fertig. Ja, heute war noch Fasnacht. Also, ich war nicht verkleid, aber bin einfach Maskenball gegangen und wir haben Schneeballschlag gemacht. Ja. Aber das interessiert euch jetzt nicht. Ja. Ich hoffe, dass ich es schaffe, Hobbit in den Ferien abzuschliessen. Und ja. Und ja. Das fände ich dann super. Und dann kann ich dann mit Star Wars Battlefront mal beginnen. Da ist ja auch schon ein Testpart draußen. Weil dann kann ich dann mit dem beginnen. Das wäre dann super, weil ich dann ja, soll ich sagen, hallo? Weil dann zwar, dass ich dann das abgeschlossen habe oder ich schließe zuerst mal meine Karriere vielleicht ab. Also, ja, zuerst schließe ich dann Star Wars Battlefront ab und dann, ja, dann kommen dann die Minecraft, also dann zuerst Ultimate Team und Karriere und Minecraft Videos. Und dann kommt da noch Hero Zero und Shakes & Fidget, Brick Force auch noch. Aber das, die kommen dann, sobald ich dann einen anderen Gamer-PC, den Predator, habe. Oder, wenn ihr noch bessere Gamer-PC kennt, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein, unten. Ja, also wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja. Das hat mich gefressen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.